Moin Moin, hier ist mal wieder der Aggressor für euch und ich werde euch heute ein weiteres Video aufnehmen, live wohlgemerkt, über den Mod Desert Strike. Ich klicke dafür jetzt einmal auf Arcade, klicke Desert Strike Hots an und klicke dann auf Spielen. So, trete der Logi bei. Ich habe jetzt die Rasse Protos ausgewählt, da ich an den beiden anderen Videos einmal die Rasse Terraner und einmal die Rasse Zerg gespielt habe. So, und schon geht's los. In meinem Team sind in Begriffen, da bin ich, Terraner und Zufall und wir spielen gegen Zufall, Zerg und Protos. Mal gucken, was die Leute werden, die Zufall gewählt haben. So. Dann mal los. Dauert ein bisschen, bis alle das Game geladen haben. 30% sind vorangeschritten. Ein paar nette Bildchen sind hier. Hier ein alter rauchende WBF-Fahrer. Eine Kippe, eine Fluppe im Mund. Hä. Immer diese Raucher. Das ist doch ganz schädlich. Das weiß doch jedes Kind. Muss doch nicht sein. So was. So. Da startet sie jetzt auch gleich. Drei, zwei, oh. Direkt die Mine gebaut. Die erste. Um 10% mehr Income zu erhalten. Bekomme ich aber auch erst, wenn die Zeit hier abgelaufen ist. Geht aber relativ zügig. Fünf, vier, drei, zwei, eins und go. Da erhalte ich mir. Ich werde jetzt vorne erstmal in der Mitte zwei von diesen Protektoren setzen. Und dahinter dann, oder dazwischen, vielleicht versetzt, zwei Silots. Ja, da brauchen wir noch ein paar Mineralien. Und. Ja, ich werde jetzt schon mal den Sturmangriff gleich erforschen. Er ermöglicht Berserkern in der Nähe befindlicher Feinde abzufangen. Nö, was? Er ermöglicht Berserkern in der Nähe befindliche Feinde abzufangen. Genau, er erhöht gleichzeitig die Bewegungsgeschwindigkeit von Berserkern. Und dann, joa, machen wir nochmal. Da sieht man schon, Sturmangriff. Da rennen sie auf die gegnerischen Einheiten zu. Ihren zwei Klingen in der Hand. So. Optimal. So, gleich haben wir die Mitteldinie überquert. Und dadurch erhält man 15% mehr Income. Guck mal, das wird hier aber nichts. Jetzt ein paar mehr Berserkern als ich. So, das heißt, ich werde jetzt erstmal zwei Hetzer noch. Eine in der Mitte, eine hier und ein hier lächeln setzen. Jetzt, stopp. Ich benötige 120 Mineralien. Boah, und werde jetzt nochmal die dort da hinsetzen. Nein, und allen gleich noch rechts annehmen, wie ich noch die Mineralien vorab bekomme, wo die Zeit noch gelaufen ist. Ja, schön, gerade so. Ich glaube, er läuft noch mit. Nein, aah, tut mir zu spät. Ärgerlich. Aber egal. So, die Mineralien haben wir überquert. Erhalten jetzt 15% mehr Mineralien. Ich kann jetzt auch für die Hetzer noch Blink erforschen. Dadurch haben sie die Möglichkeit, sich zurück zu blinken, weil sie attackiert werden. Ah, wie man sehen kann. Sehr geil. Oh, zack. Geblinkt. Oh, schön. Der schlägt, glaube ich, ganz gut an. Ah, schön. Oh, schon, ordentlich Zerklinge hier zum Start. Ich werde jetzt noch ein paar Silots dazusetzen. Da auch noch einen hin. Optimal. Die sterben ja wie die Flieschen. Die Marins. Oh, das soll sich wieder schaffen. Ich habe genug Silots gebaut. Ah, das sollte auch noch passen. Ich muss noch einen Schild-Update machen. Oh, das ist hier knapp. Dann werde ich hier auch noch einen Angriffs-Update machen und auch vielleicht noch das Bodenpanzerungs-Update. Dann habe ich die 1, 1, 1 Updates. Jetzt aber. So, wir werden jetzt auch gleich die nächste Mine bauen. Ihr habt nicht gelügt Mineralien. So, jetzt stehen noch zwei kleine Mienchen drinne vom Gegner. Okay, nicht vom Gegner. Mein Meli. Optimal. So, hier sieht man. Das ist 1, 1, 1, 1. Ah, jetzt ist das auch schon ein Vorteil, wie man sehen kann. Überqueren wir jetzt auch die Linie wieder. So, bekomme ich auch wieder Mineralien dazu. So, werde jetzt gleich erstmal Update 2 2 machen, damit ich weitere Einheiten bauen kann. Also, andere Einheiten, bis zum Phasengleiter. So, und habe ich jetzt erstmal gestartet, das Update. Dadurch habe ich auch die Möglichkeit, höhere Updates, also die nächsten Updates für Angriff, Panzerung und Vitalität. Also, wie nennt man das? Energie, Lebensenergie. Genau. Durchzuführen, ja, so. Bestimmt, ordentlich Raketentürme. Äh, Geschütztürme, meine ich. Von den Ravens. Knattern ordentlich drauf. Oh, da fallen so kleine Patröntchen drunter. Sehr schön gemacht. Kann ja auch Updates einhalten. Sehr geil. Letztens hat er jetzt auch noch dazu gebaut. Ja, sieht schon gut aus. So, Updates ist durchgeführt. Werde jetzt hier, was werde ich denn jetzt mal schon besetzen? Genau, ein paar DTs bauen, theoretisch mal. Genau, ich habe die Tee hin, vielleicht auch noch die Tee hin. Und, was könnte ich denn noch schon das bauen? Auf dem Mutterschiffkern. Nö, kein Bock zu. Werde jetzt aber erstmal, wo die sind ja gerade schön in der Mittellinie. Sollte ich jetzt noch keine dritte Mine bauen, weil sonst erhalte ich keine zusätzlichen Minerarien. So, werde jetzt hier gleich. Oh, was haben die Gegner? Mal gucken, was er hier benötigen können. Oh, wie ist denn da hier? Könnte jetzt... Archeon, ich will jetzt mal zwei Archeons noch setzen. Na, da rein. Ich steue noch ein Archeon hin und in der Mitte setze ich dann... Hm, was mache ich denn mal in so einem Mutterschiffkern jetzt? Ah, nicht mal so Mutterschiffkern in der Mitte. So. Weil genau so wie diese positioniert sind hier, laufen sie natürlich dann auch aus die Einheiten. Das ist sehr geil gemacht, wenn wir jetzt... Oh, ihr seht schon, klar, irgendwo ist ein Schwarmwied hier, auch vorhanden von den Gegnern. Der wiert jetzt hier rum. Der produziert dann immer, nach einer gewissen Zeit, welche Schrecken. Wie aus seinem Rücken rausplatzen. Sehr erschreckend. Sehr schreckend. Jetzt kann ich auch selbst aufblicken hier. Ja, sehr geil. Hup. Ich bin zurück. Ich bin die Stimme der Kala, wollte er sagen, eigentlich. Also, was hab ich dazu bekommen? Ja, ich war ein. Aber das sieht hier schon sehr akkurat aus. Knallt ordentlich immer die Pingmuss drauf. Ja. Wunderschön. 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 Ah, das sieht doch gut aus. Oh, er hat aber sehr viele Schänder. Dann lebt mein Wutterschock wahrscheinlich nicht allzu lange dann. Egal. Wollte ich das trotzdem machen. Weil ich dazu Bock habe. Warum soll ich das machen, wenn ich dazu Bock habe? So. Ich werde dazu dann einfach noch mal ein paar Phönix könnte ich natürlich bauen. Aber ich werde lieber noch ein paar Stalker dazu setzen. So, zwei Stalker noch dazu gesetzt. Lauf ist auch schon rüber. 1-1-1-Updates, wie ihr ja wisst. Ich kann hier auch andere Halluzinationen machen. Ich werde jetzt nämlich erstmal Phönix-Halluzinationen machen. die hier abzulenken. Die Phönix-Halluzinationen machen wir auch noch. Man kann die Einheiten immer einzeln anwählen und dann diese Fähigkeiten auch auswählen. Ich kann jetzt ja auch, wie gesagt, was ich vorhin schon gezeigt habe, auch zu beblinken. Ja, Mutterschaps zieht sich aber ganz schnell weg. Bei den ganzen Schendern, die hier auch nicht zugefahren kommen, äh, zum Geflogen kommen, meine ich. Die fahren ja nicht die Fliegen hier, ne. Aber er ist schon ordentlich, wer eben sich hier gesetzt hat. Oh, die Elten, die sind echt geil. Ich hab's für Geschütztürme hier. Die Verteidigungsdrohnen. Wegen Lufteinheiten. Sehr geil. Nie noch dazu. Ein schöner Mix. Ein schöner Mix hat er hier. So, was könnte ich jetzt bauen? Phasengleiter oder auch Tempiz. Oder Träger. So, zum Mineralien jetzt hier. Jetzt mein drittes Gas schnell noch nehmen. Und dann erstmal ordentlich Mineralien sparen, um dann gleich richtig dicke Einheiten zu bauen. In Masse. Mal gucken, was die als Grundeinheit setzen. Ja, sehr viele Schänder hier. Sollte ich vielleicht doch lieber beim Boden bleiben. Weil ich ja auch den Boden-Updates durchgeführt habe. Ich werde jetzt hier erstmal ein paar hohe Templer hinsetzen. Drei Stück. Und natürlich auch das Update für die Templer machen. Oh, kann ich nicht. Keine Mineralien. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis die Zeitpandemie abgelaufen ist. 19, 18, 17. Oh, geht nicht mehr fertig. Schade, schade eigentlich. Oh, auch schon ein kleiner Brutlord unterwegs. Ganz einsam ist er. Schade, schade. So, jetzt habe ich auch genug Mineralien, um das Update für die hohen Templer durchzuführen, damit ich Stürme setzen kann. Schade, schade, schade ... 1, 2, 1, 1 ... Ich werde jetzt erstmal ordentlich abgehauen und da noch einen hin 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 und ich wollte ja ja noch einen setzen, die Zeit noch reicht. Ich werde jetzt erstmal ordentlich Updates dafür noch durchführen. Alles schön getan. Unterm Schild des Mutterkerns, äh Mutterschilds meine ich, nicht Kern. So, Angriffsupdate noch durchführen. Wie man sehen kann, tarnen die auch die Friendly-Einheiten, also meine Addys die Einheiten. Natürlich noch geiler. Aber die ganze Schänder, die auch sehr schnell dauern. So, wir können auch noch ein paar Phönixen bauen, um das ein bisschen abzulenken. Die ganzen Schänder. Ja. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Einer geht doch noch. Och ne, keine Zeit. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Teleportation erfolgreich. Teleportation erfolgreich. Lenkt uns. Kann ich die lenken? Wird gelogen. Ich kann die gar nicht lenken. Ich will doch Schirme durchführen. Dann lass mich doch mal. Oh. Er ist ja da. Oh, ich kann da. Oh, doch schön. Schön gesetzt. Noch ein Angriffsupdate durchführen. Und Handlungsupdate nochmal. Oh, sieht schon gut aus für uns. Oh. Oh. Noch. Wer in dem letzten Desert-Strike-Video gesehen hat, kann sich das bleib auch wieder ganz, ganz schnell erwenden. Ne, das ist dann immer, ja, scheiße. Aber ja, kann passieren. Aber, mal sieht schon gut aus. Ah, das könnten wir jetzt schon schaffen, weil die Fängste von hinten schon draufknallen. Ja, und? Komm! Ja! Schalalala, schalalala, sieg! Optimal! Gehen wir mal auf Punktübersicht. Ha! Endlich! Oh, ganz schlechte Leistung. Punktübersicht. Oh, doch, Punktübersicht. Komm mal, ist ganz gut. 91.000 Punkte, der erste hat 103.850 Punkte gesammelt. Der höchste Wert ist bei den Einheiten bei mir, 80.375 Ressourcen, 8.145. So, und hier, Einheiten, gebaute Einheiten, 361, vernichtete Einheiten, 504. Gehe ich ganz gut im Durchschnitt mit. Auch mit den gebauten Einheiten. Naja, es geht so, da habe ich nicht so viel gebaut, aber es heißt ja nicht immer, dass wenn man wenig Einheiten gebaut hat, dass sie nicht so stark waren. Das liegt ja immer auch daran, dass man für Updates dadurch gemacht hat, ob die Einheiten generell von der, ähm, vom Angriff und so höher waren. Das kommt ja immer dann wirklich genau darauf an. So, ja, wenn wir nochmal bei Grafen gucken, äh, Grafen hatten wir ja bis zum letzten Mal auch schon, war der wird hier nicht angezeigt. Schade drum, aber naja, egal. Ja, ich hoffe, euch gewählt das Video über Desert Strike, habe ich jetzt auch live kommentiert. Ist bestimmt gut, hoffe ich mal. Das müsst ihr schon bewerten, ne? Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Aggressor. Und good luck at fun wünsche ich euch. See you.